Hey, 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 stop! Oh, ich bin nicht dürstig, vielen Dank. Das ist lieb von dir. Es ist nur für TikTok, nichts für ungut. Lea, warum wehrst du dich nicht? Was? Ich bin ein Loser. Die sind so cool. Dann wollen wir dich mal beliebt machen. Oh, ich bin nicht perfekt, aber perfekt für mich. Oh, los geht's. So, zeig mir deine stylischsten Kleider. Nein. Meine Mama hat das für mich gekauft. Das mag ich am liebsten. Nein, 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 nein. Oh, versuch das mal. Oh. Lea, schau mal. Oh. Nimm die ab. Ich kann die nicht runternehmen. Weg damit. Sue, Sue, bist du das? Mädel. Lea. Das ist ein Opa. Probier die hier. Entschuldige, Opa. Oh. Komm, wir machen eine Face-Challenge. Gesicht mit normalem Ausdruck. Grinsendes Gesicht mit zusammengebissenen Zähnen. Leicht lächelndes Gesicht. Zinkendes Gesicht. Enttäuschtes Gesicht. Nachdenkendes Gesicht. Angeekeltes Gesicht. Wütendes Gesicht. Weinendes Gesicht. Clowns Gesicht. Gepostet. Und jetzt verändern wir deine Haare. Talentiert, brillant, unglaublich, großartig, einfach spektakulär. Nie mehr die gleiche, komplett einzigartig. Das gab es noch nie zuvor. Wow. Gleich so. Und jetzt schminken wir dich. Oh nein, nein, nein. Das müssen wir wieder abwischen. Oh, wow. Wow. Äh, wer ist die Neue hier? Das ist Lea. Was? Was? Das kann nicht Lea sein. Lea. Und jetzt musst du lernen, wie man flottet. Flirten? Muss ich? Natürlich. Einmal zwinkern. Au. Zweimal zwinkern. Au. Der Typ ist süß, da zwinker ich nochmal. Ich hab Angst. Definitiv müssen wir deinen Stil verändern. Ja, das ist perfekt. Du musst wie eine Lady aussehen. Nuss. Oh. Nachsitzen. Wenn du auf TikTok berühmt werden willst, dann solltest du tanzen können. Ich kann nicht tanzen. Warum nicht? Ich hab zwei linke Füße. Was? Du kannst tanzen. Probier das hier. Okay. Versuch mal das. Jetzt. Was? Probieren wir noch einen anderen Move. Den posten will lieber nicht. Sue, der Typ schaut mich schon wieder an. Los, red mit ihm. Ja, ja, ja. Aber nicht zwinkern. Hi. Darf ich mich setzen? Klar. Ja. Also, hast du irgendwelche Hobbys? Ja, ich spiele Basketball. Oh, ich liebe Bälle. Ich meine große Bälle. Ich meine Basketbälle. Ich bin nicht gut im Flirten. Was soll ich nur tun? Mädel, du brauchst... Weißt du, was ich meine? Oh. 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 Ich habe einen einfachen Tanz für dich. Ja. Probieren wir es mal. Okay, ja. Opa, du hast 3000 Likes. Du bist berühmt auf TikTok. Muss ich auch meine Haare ändern? Oh, nein, nein, Opa. Nein. Oh, ich habe so Hunger. Komm, wir machen einen gesunden Smoothie. Oh, ja. Du schaffst das. Nein, wir sind zu hoch. Du schaffst das. Oh. 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 Du kannst nicht den ganzen Tag lesen. Ich lese nicht den ganzen Tag. Manchmal höre ich Musik. Was für Musik? Ich mag es eher klassisch. Wie Bach und Mozart. So. Oh nein, nein, nein. Versuchen wir es mit Tennis. Oh. Au. Okay, versuch's nochmal. So, ich bin's. Wer bist du? Lea. Lea? Ja. Oh mein Gott, Lea. Es war echt gut. Ich bin so stolz auf dich. Auf geht's. Netter Prank. Was seht ihr euch da an? Oh. Das war ein guter Prank. So cool. Können wir Freunde sein? Ja. Lass uns Freunde sein. Hm. Lass mich drüber nachdenken. Ähm. Ja, okay. Machen wir ein TikTok zusammen. Hey Leute, ich hoffe euch gefällt unser Video. Wenn ja, dann abonniert unseren Kanal und verratet uns in den Kommentaren, welche TikTok Trends euch am besten gefallen haben. Und vergesst nicht mir auf TikTok zu folgen. Und probiert unsere TikTok Trends. tschau. tschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017